Die deutsche Mannschaft. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Gute Chance. Ein fantastischer Treffer. Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau da sollte er hin. Und dann bist du natürlich machtlos. Auch wenn es natürlich die Torwahlrecke ist. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein. Hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein.